jo 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 freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen shop auf meinem kanal ich hoffe euch geht es gut falls ihr mich unterstützen wollt einmal ein abo und leichter lassen auf ehre und sehr gerne mein creator code 1049 im shop eingeben danke für den support die lieben mal gucken was jetzt gleich neues in den shop kommen wird ich bin mal sehr gehypt und let's go was ich denn hier hier was sehe ich denn hier ihr lieben ich sehe die neuen basketball skins heftig 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 was haben wir hier fünf männliche und fünf weibliche skins und haben wir noch mal so ein paket ist das wir schauen uns das alles mal hier an wahnsinn auf jeden fall die sind auf jeden fall sehr 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 nice aus ihr könnt ihr auf jeden fall eure ganzen nba teams wählen ich bin chicago bulls fan mit der nummer auf ehre 23 michael jordan heftig 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 muss ich mal so sagen sehr sehr cooles skins was gibt es noch so also okay man kann sein team auswählen und die nummer für 1500 fünf männliche skins fünf weibliche wie schauen uns die alle mal an ich hoffe mal der shop macht kein auge gehen wir mal so weiter so das sind die männlichen und jetzt kommen wir zu den weiblichen die weiblichen gefallen mir nicht so weil die nicht so sportlich aussehen aber egal so drei vier und fünf weibliche sehr sehr nice gefällt mir sehr sehr gut so was haben wir hier wo und punkt paket was haben wir denn hier schönes die vorschau okay hier ist ein korb auf die fall mit dem banner von dem club lange leckers oder chicago bulls hinten sieht sehr sehr cool aus aber ja ich glaube dass beim zielen wird es auf jeden fall stören ihr leben dann haben wir noch mal hier ein spielzeug das was ihr schmeißen könnten denke ich mal nutzt das hakenwurf spielzeug um beim kleiner korb rücken accessoire spieler echt das ist ja richtig cool richtig cool ein anderer kriegt den ball in die hand und darf bei euch einkommen so weißt du so ein dreier machen das ist ja richtig cool sehr cool auf jeden fall das ganze für 600 wie baxi lieben dann haben wir hier einmal dribbeln in daraus jetzt sehr sehr cool cooler im mod für 500 was haben wir hier die haben wir auf jeden fall ein paket für 3500 wie bugs mit den ganzen fünf männlichen skins ganzen fünf männlichen skins für 3500 da gibt es auf jeden fall warum nur warum steht hier 3500 statt 7500 und hier oben steht 4000 wie wachs rabatt ja okay ich bin ein bisschen ja durcheinander tut mir leid stimmt auf jeden fall 4000 wie wachs rabatt sehr 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 nice kann man sich können und das weibliche haben wir auch hier noch einmal 4000 wie wachs rabatt für 3500 gibt es das ganze sehr sehr nice da habt ihr alle skins kann man sich auf jeden fall mal können die lieben so was haben wir noch hier sagt ja sagt ja ein engels skin plus engels flügel natürlich für 2000 das ganze dann haben wir einmal die lackierung hier nämlich so ein bisschen ist cool ist cool hat was für 500 kann man sich können dann tugend pickaxe ist heftig die hört sich gut an für 800 dann haben wir melkor melkor den skin feier nicht weg bringen sowieso nicht zu groß für 1500 dann einmal die coole pickaxe böser blick wird sich sehr sehr heftig an ja sieht auch sehr sehr gut aus für 1500 so was haben wir noch hier schwitzer skin in zwei verschiedenen varianten sieht heftig aus bloß backblägen wegblägen gibt es auch denke ich mal in zwei verschiedene varianten oder nö einfach nur in pink sagen wir mal pink 1200 das ganze so was haben wir hier noch brandschädel ja ist eigentlich nicht cool hat was bloß backblägen 4500 die lieben dann einmal meine lieblings lackierung magma für 700 ist eine heftige lackierung ist eigentlich ist für mich die beste lackierung im ganzen spiel die kann man sich auf jeden fall können dann haben wir hier eine pickaxe diese cool aus gut hacke für 800 ist sie ist hier neu oder ich habe die sehr sehr lange nicht gesehen ich mal gucken wie lange nicht drin war die hört sich ja richtig heftig 800 was haben wir noch hier voll 80er leider copyright für 500 und verschwitzt für 200 die lieben ich denke mal das war's vom shop gucken wir noch mal hier so sicherheitshalber ja das was vom shop die basketball skins sind drin die lieben ich würde mich sehr sehr über ein kommentar unten like und über ein abo freuen die die werden ja was soll ich sagen cool dass ihr da wart danke für den support kurs geht raus sie lieben bis morgen zum shop